Hallo Elektronik-Freunde, auch in diesem Video geht es mal um KeyCat. Ich bin dabei, mich mit dieser Software etwas anzufreunden. Ob es aber eine gute Freundschaft wird, weiß ich nicht, denn es gibt nach wie vor ein paar Fragen und Sachen, die mir vielleicht auch zu kompliziert erscheinen. Man sieht, ich habe hier mal diesen USB-ASP von Thomas Fischl nachgezeichnet. Ich will einfach mal hier mich mit der Software auf diese Art und Weise beschäftigen. Und ich werde mal Folgendes machen zu meiner ersten Frage, die ich im Prinzip habe. Ich gehe mal hier in diesen Bereich mit dem Quarz rein und ich werde Folgendes machen. Ich werde mal hier diese Verbindung mit G hier zu so einer schrägen machen. Ebenfalls hier mal diesen, den Körnern-Saten hier mal verschieben und doch minus den Ground. So, und was man ja jetzt hat, sind hier diese schrägen Verbindungen. Und meine Frage ist jetzt, wie kriege ich die eigentlich wieder hin, dass es hier so zu einer rechteckigen Verbindung wird? So eine schrägen Verbindung, ja, die entstehen dann, wenn man eben anfängt, Bauteile zu verschieben vielleicht, weil man die doch dann anders irgendwo platzieren möchte. Und die einzige Möglichkeit, oder vielleicht zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gesehen habe, man könnte natürlich jetzt die Schräge löschen und nochmal neu zeichnen. Finde ich ein bisschen kompliziert. Und was man noch machen könnte, ist, man kann hier mit der rechten Maustaste mal reingehen und die Schräge auswählen und dann mit Drag Wire hier hochgehen. Und mit W hier dann wieder runter. So, das ist mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu kompliziert. Es gibt ja bei Eagle zum Beispiel diese Funktion Split, wo ich genau diese Schrägen mit einem Mausklick sozusagen wieder in eine Form bringen kann, dass es eben horizontale oder vertikale Verbindungen gibt. Das gibt es hier offenbar nicht. Und meine Frage ist, ja, gibt es es doch irgendwo? Ich habe es zumindest bis jetzt nicht gefunden. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist folgende. Ich habe jetzt hier oben zwei Bauteile. Einmal ein SMD-Bauteil und einmal ein bedrahtetes Bauteil, diese Leuchtjole hier. Und ich mache jetzt mal folgendes. Ich bewege die mit Move. Moment, da muss ich erst mal anklicken. Move. Und gehe hier zu dem Nullpunkt. Und wenn ich jetzt da reinzoome, so, dann kann ich hier mit Edit gucken, wo die sitzt. Also wo dieser Widerstand oder dieser Kondensator sitzt, nämlich in Position 0,0. Also hier genau in der Mitte. Das heißt, der Ursprung oder der Origin, der Nullpunkt für dieses Bauteil sitzt genau in der Mitte von diesem Bauteil. Das gleiche mache ich jetzt mal mit der Leuchtjode, mit der bedrahteten Leuchtjode. Gehe auf M und setze das ebenfalls hier in die Mitte. So. Wenn ich jetzt auf E gehe, dann sieht man hier, die Position ist nicht 0,0. Das ist natürlich etwas blöd, denn wenn man jetzt hier zum Beispiel so eine 3 mm Leuchtjode exakt an einer bestimmten Position platzieren will und mit Move das machen will, dann ist offenbar der Nullpunkt immer hier auf einem der Pads. Das habe ich gesehen in den Bibliotheken bei den bedrahteten Bauteilen. Ich glaube bei allen oder bei fast allen, also zumindest die, die ich gesehen habe, hatten immer den Mittelpunkt immer auf einem Pad. Und das ist natürlich wirklich blöd. Man kann es nicht anders ausdrücken. Wenn ich jetzt also die Leuchtjode hier zum Beispiel, in dem Fall ist ja nur ein Beispiel, mit Move. Man sieht auch, er springt sofort hier auf dieses Pad. Ich habe gleich gesehen, ich mache es nochmal. Mal, ist ja ausgewählt, Move. Er geht also genau auf das Pad. Wenn ich das jetzt sozusagen hier irgendwo mit einem Abstand von, weiß ich nicht, 5 und 5 mm von jeder Kante aus platzieren will, dann muss ich im Prinzip immer hier in dem Fall 1,27 mm ab oder zu zählen. Und das ist natürlich wirklich nicht gut, kann man nur sagen. Eine genaue Platzierung von solchen Bauteilen, übrigens auch hier von dem Stecker hier oben, ist dann sehr schwierig und sehr, wirklich sehr umständlich. Eine weitere Sache, die mir wirklich sehr missfällt, ist folgende. Ich schalte dazu mal die Layer hier, die Bemaßung und so weiter aus. Wichtig ist jetzt hier dieser Layer Edge Cuts. Jetzt möchte ich hier meinetwegen hier die Größe der Leiterplatte hier größer oder kleiner machen. Ich will also diese vertikale Linie verschieben. Dazu gehe ich auf Move und klicke vorher hier mal irgendwie an. Aber man sieht eher, der fasst das nicht. Also ich habe dann festgestellt, der fasst das nur, wenn ich jetzt hier reinzoome und mit dem Mauszeiger hier genau auf diese Linie gehe. Dann macht das. Dann kann ich jetzt hier mit Move das Ding irgendwo hin und her schieben. Ja, ich kann es nicht verschieben, wenn ich mit dem Mauszeiger hier nicht exakt draufliege, also auf der Linie. Man sieht hier jedes Kreuz, wo der sozusagen vom Raster her hier hin und her springt. Die Linie ist genau auf dem Raster. Ich bin jetzt hier in der Nähe dieser Linie. Ich kann sie aber nicht auswählen. Ich kann sie wirklich nur auswählen, wenn ich hier exakt drauf bin. Und dann kann ich hier auch mit Grab oder so, denke ich, hoffe ich zumindest. Ja, man sieht es hier, ist etwas schwierig. Hier das so rüberziehen zum Beispiel. Und das ist auch nicht gut. Ja, das ist also eine Sache, wenn ich jetzt also den Überblick über diese Platine hier so habe und dann hier direkt immer reingehen muss auf die Linie und ich die aber nicht genau treffe mit dem Mauszeiger. Es geht nicht um dieses Kreuz, was da noch ist im Grid, im Raster, sondern es geht um den Mauszeiger. Wenn der nicht exakt draufliegt, wie jetzt eben, dann kann ich das nicht auswählen. Ja, man sieht es, ich bin mit dem Mauszeiger etwas daneben. Erst wenn ich hier ganz direkt drauf gehe, dann kann ich das auswählen und kann dann hier so das verschieben. Das erschwert die Arbeit wirklich sehr. Es ist sehr zeitaufwendig, weil man dann eventuell wieder reinzoomen muss und so weiter. Ja, das sind so diese drei Sachen, die ich mal wieder rausgefunden habe. Vielleicht ist es ja in der Version 6, die ich im Moment noch nicht habe, hier anders. Das weiß ich jetzt nicht. Und ja, vielleicht hat einer dazu natürlich noch mal ein paar Hinweise. Trotz dieser, sag ich mal, Widrigkeiten, die ich jetzt hier nach und nach so rausfinde, ist die Software an sich doch schon ganz gut ausgereift. Ich hatte mal vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wann KeyCat rauskam, mal damit gearbeitet. Es war gar nicht wirklich schön. Hier ist es schon doch erheblich besser. Allerdings sind so Feinheiten, die sollten die Entwickler, denke ich mal, auch ein bisschen ausmerzen, ausmerzen, beziehungsweise Funktionen verbessern. Ja, und das war es schon mal wieder. Sicherlich wird es vielleicht eine weitere Folge geben über die Sachen, die mir hier in dieser Software auffallen. Ich hoffe natürlich, dass mir vielleicht einige oder andere ein paar Hinweise noch geben kann. Ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß und Tschüss.